moin leute und herzlich willkommen zu meinem neuen video ich bin der chef vom chef eures chefs und ich bin wieder zurück im jahr 2019 ich habe mit ein paar leuten auf instagram darüber geredet was eine welt ohne frauen für uns männer bedeuten würde und ich bin auf zwei vorteile gestoßen die ich euch heute einfach mal präsentieren wollte erstens mit der größte vorteil es gäbe keine frauen und zweitens eigentlich noch wichtiger hätten eine rippe mehr heute gibt es ein gewinnspiel und gleich kommt auch noch ein update was ich im jahre 2019 so im ofm machen werde aber ihr wisst es ja schon ich verbinde nicht gerne dinge mit einem bestimmten jahr oder mit einem bestimmten zeitpunkt trotzdem sage ich jetzt einfach mal das zukunftsupdate von meinen vereinen wird gleich auch noch kommen aber jetzt erst mal zum gewinnspiel also ihr könnt etwas gewinnen da wird auch ein plus paket dabei sein ein team check dabei sein seid gespannt und das gewinnspiel wird erst am 6 6 2019 aufgelöst werden aber ihr youtube zuschauer habt jetzt schon mal die chance mitzuspielen wie gesagt das wird hier ein youtube spezial werden das hatte ich ja schon angekündigt und erst mal können also nur meine youtube zuschauer mitspielen es wird kein reines glücksspiel werden sondern es geht darum meinen kontostand am de 2 zu schätzen und logischerweise der schätzer der am nächsten am ende dran ist wird gewinnen jeder von euch wird mehrere tipps abgeben können bis zum zweiten video zum gewinnspiel habt ihr jetzt erstmal zeit unter diesem video hier einen tipp abzugeben meinen kontostand am de 2 zu schätzen wie er folgt die tipp abgabe ihr schreibt erst mal euren tipp komplett ausgeschrieben hin mit einem euro zeichen dahinter des weiteren schreibt ihr noch euren vereinsnamen dahinter das ist wichtig damit ich sehen kann dass nicht irgendjemand mit all seinen youtube accounts hier kommentiert und am ende sagt ja nur das bin ich und der rest den kenne ich nicht ja also auch noch euren vereinsnamen dabei schreiben damit man das ganze dann auch ein bisschen besser kontrollieren kann und ich gebe euch auch einen tipp den nur meine youtube zuschauer bekommen ich habe in der vergangenheit was mein kontostand am de 2 betrifft etwas übertrieben das heißt ich habe etwas übertrieben mit der höhe des kontostands also passt euren tipp entsprechend an und übertreibt nicht am 6 6 des jahres wird das gewinnspiel dann aufgelöst werden ich weiß dass es viel zu lang ist und ihr schätzt übrigens den kontostand vom 6 6 7 uhr 6 also mehr oder weniger 6 uhr 66 nachmittags also diesen kontostand schätzt ihr und schreibt gerne euren ersten tipp heute in die kommentare so was steht in der zukunft so bei mir an bei meinen vereinen so an ich habe ja gesagt ich werde den ofm erobern und genau so soll es auch sein sowohl am de 2 als auch am classic server werde ich angreifen in der ersten deutschen liga und versuchen die deutsche meisterschaft den deutschen pokal und natürlich werde ich auch versuchen die champions league zu gewinnen des weiteren was natürlich nicht akzeptabel ist hinke ich meinem eigenen management von vor fünf sechs songs etwas hinterher das ganze kann natürlich nicht angehen und ich werde mich wieder neu fokussieren unter anderem wird der ligashat verkleinert werden und ich werde erst mal nicht auf nachrichten antworten es wird sich komplett auf das spiel fokussiert um diese ziele zu erreichen das visier wird nach diesem wunderschönen community monat wieder etwas runter gefahren werden und ich werde mich wieder auf das game an sich fokussieren außerdem wurden überflüssige accounts aufgegeben ich bin also jetzt am tr server nicht mehr vertreten am ru server nicht mehr vertreten am in server wird nicht mehr getradet am ch server nicht mehr vertreten das war eine schwierige entscheidung das gebe ich zu und am at server wird jetzt auch wieder gas gegeben also den at server werde ich weiterführen nur damit ihr das wisst also im server wird nicht mehr getradet at server wird wieder getradet und alle anderen nicht deutschen accounts sind jetzt erstmal weg erst mal nein endgültig natürlich am beta server habe ich mir jetzt ein langzeit team zugelegt also der wird aufgepackt werden der focus liegt am de 2 und am classic server und am at server werde ich mir auch ein bisschen mühe geben da wird auch hin und wieder mal ein video zu kommen was bringen mir sechs mittelmäßig geführte accounts im vergleich zu drei guten also weg damit das thema haben wir jetzt aber auch abgehakt was sind meine ziele und pläne wie möchte ich diese titel erreichen am de 2 ist es relativ einfach mein team wird bald maximal stärke erreichen etwas später als vorhergesagt da ich aktuell auch noch am traden bin und sobald mein team dann irgendwann aufhört werde ich mir wieder ein team mit maximal stärke kaufen am classic server wird es etwas schwieriger werden dort muss ich jetzt erstmal in die erste liga aufsteigen das ganze versuche ich möglichst kostensparend über die bühne zu bringen und nebenher natürlich noch zu traden was das zeug hält damit ich dann in der ersten liga ordentlich kohle habe die ich auf den kopf hauen kann aktuell wäre mein ziel mit drei milliarden euro in die erste liga deutschland zu kommen ich bin der chef vom chef eures chefs und damit bin ich so weit raus eine kleinigkeit noch am de 2 bin ich übrigens immer noch der verein mit den meisten stadion einnahmen obwohl ich jetzt den ersten gegner mit einer stärke von unter 100 hatte ich bin gespannt wie lange das noch gut geht ich werde bald wieder einen relativ schwachen gegner haben und ich glaube spätestens dann werde ich ja zumindest mal aus dem top 3 raus rutschen ich bin aber gespannt ich bin überrascht dass ich jetzt immer noch erster bin ihr könnt ja mal den tipp abgeben auf welcher position ich ende der saison lande wie gesagt das hat jetzt nichts mit dem gewinnspiel zu tun aber ihr könnt gerne mal den tipp abgeben auf welcher position der stadion einnahmen ich ende der saison am de 2 lande ich wünsche euch ein wunderschönes jahr meine freunde im dezember werde ich dann auch wieder einen community monat machen also das wird es dieses jahr auch geben aber bis dahin werde ich mich jetzt wieder etwas mehr auf das spiel an sich fokussieren weil ich halt auch aktuell nicht mehr ganz so viel zeit habe und deswegen muss die zeit dann auch für das spiel genutzt werden damit ich dann auch meine ziele erreichen kann ich hoffe ihr erreicht auch eure ziele für dieses jahr oder sagen wir es noch besser ich hoffe ihr erreicht eure zukunft zu auf m ziele gebt vollgas meine freunde und wir sehen uns dann im zweiten update zu dem gewinnspiel wieder und es wird ein paar besondere videos geben also seid ruhig gespannt ich bin raus haut da rein